hallo herzlich willkommen zurück zum letzten part vom unboxing des magitex champions league displays hier liegen die letzten booster und ich bedanke mich jetzt schon bei allen die recht herzlich eingeschaltet haben und abonniert haben vielleicht zwischendurch wie gesagt vielen dank fürs zusehen und dran bleiben am ende gibt es ein gewinnspiel und bis dahin würde ich sagen genießt das video und wir öffnen die letzten booster da haben wir drin mit trocklu von lissabon dann reikowitsch star spieler ich gebe dann quadrado von eventos turin und drama von kent dann haben wir tremolinos von servieren dann dragovic von kiew dann das mittelfeld von porto herrera und im bula jerome boateng von den bayern und ludigin von zenith dann haben wir da vermehrte sacca angel von porto dann salino und sie was das defensiv duo dann michael von chelsea chris kieto von zenith genau da haben wir johnson taar von leverkusen dann tibi dann gaitan von lissabon frank ribberie als basis karte vom fc bayern münchen dann totti von der roma und der code so als nächstes haben wir faser von lissabon dann von dynamo kiev an an tunis starspieler rodriguez von real madrid marquisio von juventus turin und als letztes gott von malmö ff so hier haben wir drin hakan chanlulu gustavo von wolfsburg tosic von moskau lichtsteiner von juventus turin und neto von zenith sand petersburg so auch die letzten drei booster des displays da haben wir drin wilshire von arsne zoe vom psw starspieler sodani von dynamo zagreb dann marcelo von real madrid und nielsen von kagenz so auch die letzten zwei booster da haben wir drin rami von sevilla jelmas von galatasaray dann kascheridi und dragovic von kiev das defensiv duo dann martic von chelsea jusupov von jusupov von zenith und der code so letzter booster hoffen wir nochmal auf den matchwinner oder irgendetwas dergleichen im letzten booster da haben wir drin toprak von leverkusen lukadir und tatsächlich ist noch mal ein matchwinner drin von joe hart von manchester city dann noch der starspieler von domia und tiago silva so das war das display unboxing das sind die ganzen karten die da drin war moment ich tue die mal hier hin 250 karten und ja jetzt kommen wir natürlich noch zum gewinnspiel also die bedingungen sind erstmal ihr müsst euch drei tage nachdem bekannt ist wenn ihr gewonnen hat müsst ihr euch bei mir melden dann schreibe ich euch einfach per e mail an ich schicke euch dann meine e mail zu und ja ihr müsst dann einfach oder nee wir machen das so ich gebe ein kleines rätsel auf oder eine schätzfrage und die drei gewinner die am nächsten dran sind die kriegen preise so ich nehme jetzt einfach mal die beliebige zahl von diesem haufen hier runter und ihr müsst schätzen wie viele karten liegen hier die ich jetzt hier hinlegen wie viele karten sind das so die drei die am nächsten dran sind die kriegen die preise so zum gewinnspiel was das will ich dann auch noch ein video geben wer gewonnen hat ja bis dahin sage ich auf wiedersehen und bis zum nächsten mal hier hier hier